Paulchen kommt, gerade wollt ich gucken, wo der Paule bleibt. Ne, 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 ne. Nimm schon wieder Anlauf. Ja, hau ab. So, ist es. Es ist der zweite Lieblingsplatz. So. Naja, mein Aldi-Einkauf für Ostern. Aber erstmal gucken, wie es Dett da ist. Naja. Reinigungskraft ist auch da. Vogelfutter ist auch drin. Wollen wir mal lieber was zumachen. Bei Paulchen, da wär's man nicht so, wa? Na ja, nichts besonderes. Osterkuchen, Mandeln, Bienensticht, Torte, eine Waffelmischung, meine Lieblingssalami, italienisch, Bananen, Rindfleischknacker, Mayonnaise, da überlege ich noch, mache ich mir einen Kartoffelsalat, dafür habe ich einen Kassler, oder ich mache einen Eiersalat, Eier, die habe ich im Kühlschrank. So, das ist was Neues, ein Zwiebelbaguette, 79 Cent, man höre höre, so was gibt's auch noch. Und dazu habe ich mal Swiebelschmalz geholt. Mal sehen, das ist noch schön warmes, das ist herrlich. Naja, und der berühmte Käsetwister, zum Gleichessen. Naja, und so ein bisschen Pudding, kurz zum Schnappern. Tja, das war eigentlich nicht besonderes, weil man muss das kaufen, man muss das auch nicht kaufen, aber ich habe es gekauft. Puh, gut, Paul. Paul, schön, kleiner Scheißer, schön. Da war's schon wieder Futter, he? Dabei hast du gerade was bekommen, bevor ich losgegangen bin. Ach, meinen Schatten sieht man. So, na gut, das war's.